Also hallo, bei einem Versuch für Peters Twink einen Stab zu farmen, waren jetzt ungefähr schon 20 mal drin und es ist nicht einmal getroppt, ja, ist irgendwie scheiße, und dann haben wir uns gedacht, machen wir mal ein Video draus, ne? Pfff, fängt ja schon gut an, du. Hallo, hallo, tschüss. Meine Scheiße. Zum Glück leckt Fraps jetzt nicht mehr, und Peter ausnahmsweise mal auf nicht. Das ist jetzt meine Wachtung ansehen. Mach das. Ich glaube, man hört dich kaum noch, weil ich gerade Musik anhaben habe. Dann muss ich das wohl übertönen. Ja, aua. Boah, die holten doch immer wieder. Ja, kriegst nichts. Kauf dir deine eigenen Mobs. Ey, ne. Bei dem ziehste Akro. Okay, jetzt nicht mehr. So. Pff, pff. Mach so viel damage, dass da immer steht. Verfehlen. Woaa. Hast du's noch sehen? Hast du's noch sehen. Du, viel Schade, du. Komm, zünden wir sie an. Was, ein Hauch, mei. Ach so. Ja, schon vermeiden. Stimmung. Buhuhuhuhl Oh, sterbt! Die Entwaffnen möchte ich immer Ich habe es nicht, ich weiß es nicht Du riechst Nudeln? Na gut. Okay. Ich meine, warum nicht? Hä, wo ist der andere Arter? Los, töten, töten, töten! Bam! Headshot. Ne, sagen wir mal, das war ein Jumpshot. Hä, das, das schneide ich extra nochmal und gebe, stell das unter den Namen, W.O.W.Jumpshot. Ne, Deagle Jumpshot. Schmarrn. Okay, ich bin dumm. Ich spiele zu viel Counter-Strike. Ja. Raucherrüsten. Ja. Du hast Akko. Du hast immer noch Akko. Nein, du hast Akko. Nein. Hallo? Kannst du die Rutschnappen, oder? Ja, will ich ja, aber der... Ja! Du führst ihn zu dir. Okay, nice. Boah, die hauen mir die ganze Zeit die Waffe aus der Hand. Ja, komm ich jetzt. Sterbt alle! Ey, dann nehmt mir wenigstens die Waffe weg, aber nicht Stunnen. Stunnen ist geil. Kamehameha! Ah, BAM! BAM! Haaah! Ah, ich bin... Ehhhhh... Ich hab Akko... Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Nein, ich weiß. Ja, und... Jetzt kommt ein Boss. Und ich flieg nur durch die Gegend. Also, du kannst mich heilen. Okay, jetzt wird's eh gleich übel krass. Oh Gott, das ist sonnenschön. Ja, ich schaff's da nicht gegen die Zucker. Ja, das... Das muss endlich Stufe 60 sein. Ja, jetzt passt's. Ich hab den ja jetzt gedottet. Ja, und jetzt hab ich keinen Wahnar mehr. Und jetzt ist er tot. Ey, die heilen da ja ne? Sterben. Und du auch. Stell dir vor, Herzen. Oho, der sich vorher... Oh, guck mal, was neu ist. Plündermeister ist so. Verdammt. Oho. Los, töte ihn, töte ihn, töte ihn. Töte ihn. Töte ihn. Kam ja, wir haben ja... Nein, der ist nicht gestorben. Okay, jetzt gehört der dir. Du hast getötet. Ja. Dann ja. Töte alle. Beutel, Sascha, zack worden. Das will ich sehen. Okay, mein Equip ist schon voll. Das liegt daran, dass wir jetzt hier schon 20 mal drin waren, mindestens. Also ich. Ich hab ja alles geninjert. Ich hab schon wieder 25. Hm. Lass mich mal heute noch auf 60 hochziehen. Äh, nein. Okay. Echt? Keine Ahnung. Weil dann können wir nachher mit dem Dudu... Mit dem Dudu spielen. Der kommt jetzt wieder zurück. Yeah, komm, auto it. Bam, in your face. Ich verzaube jetzt meine Waffe. BAM! BAM! Leeroy! Gott! Das wird krass schwer. Warum schwer? Hast du wohl auf die ganze Zeit getroffen? Jaaa... Wenn der jetzt stirbt... Boah, ich mach... Ich... Ich konnte nur eisige Berührung machen und dann pestilenz. Jaaa, sonst wäre er direkt gestorben. Ah! Ich steh mal weiter in den Gang rein, zeig's noch. Jo. Warum hast du immer noch Agro bei dem? Das ist mein Ghoul gewesen, ich dachte. Machen wir den anderen Boss auch? Ja, können wir machen. Ach komm, ich geh enraged, dann ist er in 5 Sekunden tot. Ich kann ja versuchen Speedkill zu machen, also den anderen hab ich jetzt schon in 10 Sekunden gelegt. Also mit der Ghoularmee geht's natürlich extrem schnell. Ja. Okay, bei dem mach ich Ghoularmee. Weil... Ah ja, der droppt ja eh nix, von daher wär's egal, wenn meine Ghoul ihn... ...töten. Ja. Versuch ich mal einen Speedkill bei dem. Mann, der ist so blöd. Schade, ich wollte ihn docken. Schade, ich wollte ihn docken. Lass das mal, bitte. Fuck, 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 fuck. Eine Sekunde, eine Sekunde. Ja ja, alles umsonst. Deine Geburt umsonst. Tot. Tot. Next. Der stirbt jetzt auch ganz schnell. Okay. Go, go, was sagt... ...deadly boss mods. Okay, sagt nix. Scheiß. Scheiß Teil. Ja, Peter, du... ...nützt dir eh nix. Geh weg. Geh weg. Ist nix für mich. Kriegst es trotzdem. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020